Moin Moin! Viele von euch fragen sich bestimmt, was macht eigentlich einen richtig guten Gartenboden aus? Ein Gartenboden oder eine Erde im Allgemeinen besteht immer aus verschiedenen Rohstoffen im Grunde, also mineralischen Bestandteilen und organischen Bestandteilen. Mineralische Bestandteile klingt erstmal vielleicht ein bisschen fremd, ist aber im Grunde das, was man als Sand bezeichnet beispielsweise. Sand ist die gröbste Fraktion, die im Boden vorkommen kann. Weiterhin gibt es die Tonfraktion, ist wahrscheinlich auch den meisten bekannt, ist ein sehr gut formbares, sehr sehr kleines Körnchen, das im Boden vorkommen kann. Dazwischen gibt es aber auch noch eine mittelgroße Fraktion, den sogenannten Schluff, häufig auch als Lehm bezeichnet, wobei Lehm im Grunde die optimale Struktur darstellt und zwar 30 Prozent Sand, 30 Prozent Schluff und 30 Prozent Ton. Jetzt fragt man sich natürlich, da fehlen ja noch zehn Prozent. Und ganz klar, was ich vergessen habe, ist natürlich der Humus. Der Humus bzw. die organischen Bestandteile im Boden sind im Grunde ja alles, was lebt, aber auch vor allem das, was abgestorben ist im Boden. Das, was von Mikroorganismen, Makroorganismen und Pflanzen verarbeitet, bearbeitet wird und im Endeffekt zu Humus, aber auch zu Nährstoffen wird. Und wenn man dann noch einen gewissen Anteil Humus in seinem Boden hat, hat man einfach eine super Bodenstruktur. Dabei hat natürlich jeder oder jede Kornfraktion seine Vor- und Nachteile. Ein sandiger Boden beispielsweise kann super Wasser aufnehmen, lässt Wasser aber auch schnell wieder frei, kann super Nährstoffe aufnehmen bzw. sie können in den Boden eindringen, werden aber auch schnell ausgewaschen. Ein sandiger Boden ist schön durchlüftet. Dadurch kommen die Wurzeln an Sauerstoff, den sie brauchen, können ihr CO2 abgeben. Genauso wie die Mikro- und Makroorganismen im Boden. Also für einen funktionierenden Boden ist ein sandiger Boden eigentlich ganz gut, hat aber seine Nachteile. Nährstoffe und Wasser werden freigelassen. Da kommt dann der Ton ins Spiel. Der Ton ist schön fein, bindet das Wasser, hält das Wasser fest und kann es wieder an die Pflanzen abgeben. Genau das gleiche gilt für die Nährstoffe. Wenn man also eine Mischung aus verschiedenen Kornfraktionen hat, dann hat man den perfekten Boden. Und wenn dein Boden vielleicht etwas schlechter ist, dann schau dir gerne diese Videos an, die wahrscheinlich hier irgendwo eingeblendet werden. Und wir helfen dir gerne weiter und erzählen dir, wie man einen tonigen Boden verbessert, wie man einen sandigen Boden verbessert und was Humus eigentlich genau ist. Ich freue mich, euch in den nächsten Videos wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, bleibt sicher! Bis dahin, macht's gut, bleibt sicher!